road amerika renn und vereinigte staaten von amerika 14 kurven sind heute zwei schöne lange schöne kräftige geraden drin aber mein glück schießt wieder was ziel hinaus und verlande wieder wie eben im gießbett naja machen würde sagen fahr mal eine runde würde ich sagen stehe ich denn hier das verstehe ich nicht so komisch jetzt auf einmal da hallo alles null ich bin gespannt jetzt ja ja auf das ja 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 Einsteiger scheint schon mal etwas besser auf jeden Fall zu sein, damit wir einen schönen langen Fahrer schön ballern können. Ist ja gut, wenn ich nicht gerade wieder wie eben leicht die Wiese mitnehme. Aber auch hier eine sehr gute, scharfe Kurve, wo wir dann stark abbremsen müssen. Kann auch sein, dass wir da dann mal das Ziel hinausschießen, wenn wir mal vergesslich sind, wie ich nun mal bin. Und das bezüglich dann da in die Bande einrasten. Aber es ist kein viel Auslauf, da musst du gut bremsen auf jeden Fall. Oder ich stelle die Bremse gerade höher. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Schön in der Kurve. Dann bin ich hier so wohl. Dann zählen wir 190 in die Kurve hinein. Und holen wir Gas. Und ab in den Fünften ein bisschen Wiese mitnehmen. Dann nehmen wir auch scharfe Bremsen hier. Scharfe Rechtskurve. Und dann haben wir uns auch noch wieder vor uns hier umeiert. Was ich auch geil finde, ist, wenn man mal unten links guckt, sieht man hoffentlich, dass wenn ich auf die Bremse drehe, er dann auch wirklich bremst. Oder bis bezüglich dann Gas runter geht. Und dann haben wir schon unseren ersten Fehler hier. Das Ziel hinausgeschossen. Kennen wir aber nüchter. Noch vorgedrängelt. Er musste natürlich dafür hier richtig in die Heißen gehen. Sonst wäre er mir hinten reingerutscht. Perfekt auf jeden Fall. Komm, Ladedruck. Manchmal kommt es mir so vor, ob das Auto irgendwie seine Leistung verliert. Das muss ich sagen. Oh, die Zuschauer herzlich willkommen. Ich gerne mal was in die Kommentare sagten. Oh, da kommt ein dritter Controller stark hier bei der starken Bremsung. Mann, was machst denn du hier? Oh, wir haben schon über 400 Grad auf der Motorachse. Na weg hier mit deinem Gering-Kardiner-Auto. Weg da hier. Ey, du holst nämlich hier Holger. Noi, du hast ja die Facecam machen. Wie lange? Hattest du nix mehr mit langen Ärmeln? Hä? Nein. Warum? Nicht kalt? Ja. So soll ich mir was mit langen Ärmeln anziehen. Weil jetzt heißt ich bin daheim. Weil ich auch umrennen will. So. Wir werden drei angezeigt, aber es ist nur du und ich drin. Ja, aber werden hier gerade in 3-4 angezeigt. Ich hab auch noch sein, dass es von Playstation Live ist. Die werden von Twitch gezählt, als Dings aber nicht. Und jetzt zum Beispiel über die Blazey zogen. Live über Playstation zum Beispiel. Ich sag, die... die Cool ist wieder drinne. Wieder drinne? Ja. Dann war er wieder draußen. Da noch einmal so ein Gem gezeigt worden ist. So, hab ich jetzt hier auf der Karaden begrenzt. Der ist jetzt nicht weg. So, hab ich jetzt hier auf der Karaden begrenzt. Perfekt auf die Kurve. Oh, da sind jetzt die Hähnen ausgeschossen. Ich will hoffen, dass das Wetter auch so bleibt. Das Sektor hab ich fast zu langsam. Ah, hier wieder ein Fehler passiert. Das ist jetzt im Glück nur Training. Spam den Chat voll. Spam den Chat voll. Spam doch mal den Chat voll. Liebe Zuschauer. Kann nochmal lösen oder irgendwas reinschreiben. So, dass man ja noch mal mit seinem Porsche holen ja ruckst. War kein Profis. Porsche ist Beste. naja schon mal woche gefahren oder was so was kann unter anderem auch mal passieren fahrer fehler was ist passiert ja ich habe ja gesehen dass du dich übertreten sich gedreht hast aber wie das ist wenn man halt so weit außen fährt die man so viel gas gibt und dann durch irgendeine unebenheit oder durch das was soll ja und dann hackantrieb die bienen dann fragst du eigentlich wie viel überblitze ich bin da sowieso schon erster ist die alle überrundet oder wie geht hier erstmal in der ersten minute nur umrundenzeiten ach so ich bremse auch recht spät in den kurven manchmal habe ich das fech wie jetzt dass ich im Kiesbett lande da ist meistens wo du die meisten gegner überholen kannst wenn dich dann vor dich schleicht müssen die bremsen und somit hast du die automatisch ausgebremst das ist automatisch an der spitze aber es geht eigentlich nur eine rundenzeit erstmal das ist eigentlich nur training dass du die strecke gewinnen kannst sozusagen der motor geht auch wieder runter sehr schön vielleicht muss man da hart bremsen oh sind wir da über 450 grad deswegen ist es beim rennwagen wichtig dass die die paneele sagen wir jetzt mal die bremscheiben gut blitzen die bremsen gut fahrtwind bekommt und dann auch gut wieder runter zu fahren wie möglich sonst passiert es bei zeiten dass die bremscheibe sich nämlich irgendwie verformt oder du keine grenzleistung hast der freundlichen fahrtwind 3 noch von stadt da die die grenze als autos auch nicht kaputt und da los Also müsste das Auto doch ein Arsch sein auf dem Platz 1. Also müsste das Auto doch ein Arsch sein. Also müsste das Auto doch ein Arsch sein. Das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja sowieso schon erster. Zeige Motorformat. Wechsel werden müssen. Du musst dein Teamingenieur überhaupt dir Bescheid geben, wenn du die Boxengasse für den obligatorischen Boxenstopp öffnest. Du kannst deinen Boxenstopp jederzeit nach dem Signal vor dem Ende durchführen. Wenn du das nicht tust, wirst du von der Bewertung in den ganzen Rennen disqualifiziert. Oh, die besten Fahrer, die sie den langen Punkten anhangen. Okay, Punkte schnellste Quarlinge, allen Punkt pro Saison. 28 Grad Temperatur. Ah ja. Ich weiß noch nicht, was Verhältnis 9 zu 3 heißen soll. Scheinlich Sprit. Bei 4100 im Drehraum. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 7. Das ist der Kälte, aber das ist der Kälte. Ich glaube, die Kälte ist natürlich anders. 3.62 So, noch ein bisschen mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme gleich. Ich verstehe nicht wie man zuschauen kann, die ganze Zeit aber nicht schreiben kann, wenn ich dort auch Fehler im Bild. Was habe ich noch gehört, das mit den Jogginghosen? Dann brauchst du irgendwie getrinkt mehr Jogginghose, ja. Nee, seitdem ich wirklich so richtig abgenommen habe, trage ich nur noch Jogginghosen. Oder generell Sporthosen. Nichts mehr anderes. Ist vielleicht noch ein bisschen besser, aber meine Jeans ist schon irgendwo wieder dann, sag ich mal, stylischer. Kommt besser rüber. Das habe ich zumindest so für mich gemacht. Ich hatte eigentlich auch immer nur so einen Jogginghosen-Style. Auch ordentliche, die noch etwas aussehen oder in so einer Art Jeans immer so oder so. Mhm. Aber irgendwie mach trotzdem in den Jeans hast, das ist wahrscheinlich komplett anders. Ja klar, ich gehe jetzt bestimmt nicht zu einem Bewerbungsgespräch mit einer Jogginghose. Warum hättest du mir das jetzt geglaubt? Warum hättest du mir das jetzt geglaubt? Du bist .. Vielen Dank.